Das Hotel Palladium 2 gehört zum Spielcasino mit dazu. Super tolle Anlage. Hier hinten stehen noch die großen Autos. Hier ist das Palladium 1. Das ist der Gnade. Hier nimmt die Gnade dazu. Gegenüber direkt Beach Club. Und Matthias, wie gefällt der Bulgarien hier? Mir gefällt die Gnade eigentlich gut. Man kann hier wirklich super schön shoppen gehen, feiern gehen und alles. Es ist wirklich traumhaft schön. Mir gefällt es sehr gut.